Ich bin Lisa. Ich bin die Pia. In meinem Job geht es darum, meinen Kunden alle Facetten des Online-Marketing aufzuzeigen. Ich sehe es als meine Aufgabe, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um online erfolgreich zu performen. Neben der Koordination verschiedener Online-Marketing-Tätigkeiten ist es auch wichtig, selbst operativ im Projekt tätig zu sein, um wirklich immer am Ball zu bleiben. Das Beste an meiner Arbeit ist, dass ich einfach saugern jeden Tag in die Arbeit gehe und mich immer auf meine Kollegen freue. Meine private Leidenschaft ist, auch neue Dinge zu entdecken, neue Dinge auszuprobieren. Ich stehe sehr gerne auf der Bühne und würde auch das Schauspiel als Leidenschaft bezeichnen. In fünf Jahren sehe ich mich immer noch an meinem Lieblingsarbeitsplatz mit natürlich tausend neuen spannenden Aufgaben und einem noch größeren, besten Team der Welt.